Sie hören Der unfreiwillige Selbstmörder. Dampf, Magie und Moritaten. Von Uli Schwan. Gelesen von Jan Priemke. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Der unfreiwillige Selbstmörder. Erstes Kapitel. Der Tatort. Die Zeiten waren schon mal besser für mich und euch, sagte der alte Gerim und spuckte den Kautabak zielsicher in den Bleinapf zu seinen Füßen. Er sah die kurze Reihe seiner Zuhörer entlang. Ein Pferd stand neben dem Nächsten, die Ohren aufgestellt, als würden sie seiner selbstmitleidigen Ausführung tatsächlich lauschen. So fuhr der alte Gerim fort. Jeder, der etwas auf sich hielt, reiste zu Pferde. Oder in einer Kutsche. Aber heute fahren Kutschen ohne Pferde. Und wer es sich leisten kann, gönnt sich diese asiatischen Reittiere. Weil man höher sitzt, sagen sie. Weil man eine bessere Sicht auf die Straße hat, sagen sie. Aus der Wüste kommen die. Sollen die doch in die Wüste zurück. Wieder spuckte der alte Gerim aus. Er streckte sich, dass die verkalkten Gelenke knackten. Die Pferde, die an dem Gatter angebunden waren, begannen unruhig zu werden. Ihre Reiter hatten sie hier gelassen, damit der alte Gerim sich um sie kümmerte. So wie er es seit seinem zehnten Lebensjahr bei seinem Vater gelernt hatte. Und so, wie er es bis zu seinem nicht mehr allzu fernen letzten Tag tun würde. Der alte Gerim erhob sich steifbeinig vom Schemel und zog seinen Zauberstab aus dem Gürtel. Der Stab bestand aus einem Holzgriff und einem Korpus aus dunkelgrünem, gewirbeltem Glas aus der Zünddorfer Manufaktur. In ihm sah man einen geschnitzten Tannenast. Der Zauberstab hatte seinen Besitzer immer gute Dienste geleistet, so auch heute. Der alte Gerim spürte, wie die Energie sich im Zauberstab sammelte. Im Geiste sah er, was passieren sollte. Das Wasser aus dem Fass sollte in Eimer vor den Pferden fließen. Als das Bild gefestigt war, murmelte der alte Gerim eine kurze Formel und entließ den Wunsch in den Zauberstab, damit er sein Werk verrichten konnte. Der Deckel des Wasserfasses fiel herab und kleine Wasserfontänen schossen hervor, flogen durch die Luft und trafen exakt in die Eimer, wie der alte Gerim es gewünscht hatte. Zufrieden tranken die Pferde. Unzufrieden steckte der alte Gerim seinen Zauberstab weg. Er trat neben eine Stute und tätschelte ihr die Flanke. Dabei sah er die Straße hinunter. Niemand hatte von seiner kleinen Zauberei Notiz genommen, denn sie war nichts Besonderes. In dem Gemischtwarenladen sortierte der Händler gerade mit einigen Schwüngen seines Zauberstabs Birnen, Äpfel und Mandarinen. Sie hüpften durch die Luft und landeten in der passenden Auslage. Seine Gehilfin brachte neues Obst aus dem Laden. Bauarbeiter standen in einer Gruppe zusammen und alle Zauberstäbe waren auf einen besonders großen Torbogen gerichtet, der frisch restauriert über dem Eingang zum Revue-Theater festgemacht werden musste. Die Hälfte der Arbeiter, die kein magisches Talent besaßen, verluden indes schwere Säcke auf dem mobilen Pater Noster. Zur gleichen Zeit flanierten Frauen in ihren Röcken und Miedern durch die Straße. Jeder Hut höher und bunter bestickt als der andere. Hinter ihnen trugen kräftige Kaiserpudel ihre Einkäufe in kleinen Körben. Jeder Pudel hatte eine andere Fellfarbe, passend zur Garderobe seiner Besitzerin. Männer in schmucken, dreiteiligen Anzügen oder Gehröcken lüpften ihre Zylinder, Bowler und Mützen, wenn sie an den Damen vorbeikamen, ganz nebenbei, ohne ihre Gespräche zu unterbrechen. Bald würden sich diese Gruppierungen ändern, wenn der Abend kam und die Geschäfte ruten. Dann würden jene Männer die Damen an ihren Armen ausführen in die Revuen, die Theater und diese neumodischen Kinematografen, die von der englischen Insel herübergeschwemmt und der letzte Schrei waren. Der alte Gerim trank lieber mit seinen Freunden Bier und spielte Karten, so wie sie es seit Jahren taten. Er hatte seine Zeit noch nie mit einem Besuch in einem Lichtspielhaus verschwendet und würde es niemals tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017